gefunden auf dem Mond und nicht in einem Fernsehstudio oder nichts mit Inszenierung und so. Man kann ja auch über die Bildaspekte hinaus viewen. Sprich, wenn das irgendwie eine Inszenierungsabsicht gewesen wäre oder wenn da ein Film produziert worden wäre, dann könnte man auch diese Absichten viewen aus der Fession. Ja, das habe ich ja vorher gemeint mit, ihr könnt es ja viel mehr herausfinden als das Bild jetzt einem nur sagt, denn wir kennen alle die Aufnahmen vom Mond, aber natürlich könnten die gefälscht sein. Ja, also wie soll man den Gegenbeweis antreten? Aber ihr sagt, ihr wart eben dann dort unter Anführungszeichen und ihr könnt eben dann noch viel mehr Informationen von diesem Ort her holen und daher, das meinte ich vorher mit eigentlich, sein Remote-Führer, den kann man nicht so leicht täuschen. Genau, also es ist wesentlich mehr als halt die optischen Eindrücke. Es sind sozusagen alle Sinneseindrücke, die man halt so hat, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und darüber hinaus halt auch die Bedeutung von von dem Target und von einzelnen Aspekten. Das ist eigentlich so der wichtigste Teil davon, weil man kann jetzt natürlich Farben und Oberflächen und Strukturen von, sagen wir mal, wieder die Freiheitsstatue, könnte man davon beschreiben, irgendwie grau, blauer Beton und so weiter. Man könnte auch den Aufbau beschreiben, aber viel aufschlussreicher sind dann ja eigentlich die Eigenschaften davon, zum Beispiel, dass es ein nationales Denkmal ist, ja, das ist solche Eigenschaften halt. Bei dem Mond ist es jetzt folgendermaßen, da gibt es halt Daten drüber. Die Mondlandung war wohl echt, ist herausgekommen und UFOs hat man dort auch nicht gesehen, also zumindest nicht bei einer dieser Mondlandungen, die untersucht wurde. Allerdings hat man Höhlensysteme unter der Mondoberfläche gesehen, wo es wohl um Bergbau geht, unfreiwilligen Bergbau. Also man hat primitive Wohnstätten gesehen, dort waren Menschen, die wohl dort ja nicht freiwillig arbeiten, aber die auch keinen richtigen Willen haben. Also eher, wie soll man sagen, ein zombierhaftes Bewusstsein, ohne richtigen Willen. und dass es dort halt auch Aufseher gibt und ja, also die Essenz ist, dass dort unter Zwang Bergbau betrieben wird. Man kann aber nicht genau sagen, wann das ist. Also man kann nicht sagen, ob das in der Vergangenheit ist, man kann nicht sagen, ob das jetzt ist oder in der Zukunft. Das ist halt immer schwierig mit diesen Zeitaspekten. Da gab es doch einmal unlängst, ich glaube, von Sohn, David Bow, ist keine Ahnung, als Regisseur, da gab es doch einen Film über den Mars, wo so ein Klon einsam und allein diese Bergbaustation bedient. Kennt ihr den zufällig? Nein, leider nicht. Mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Ich habe gerade vor einem Jahr ungefähr im Kino gesehen. Aber okay, sehr interessant. Das hat mich jetzt ziemlich daran erinnert. Es war eben der Mars und nicht der Mond. Aber wer hat eigentlich dieses Viewing durchgeführt von der Mondlandung? Also das war der Autor Frank Kötzler und sein Team. Also der hat auch ein Buch darüber veröffentlicht. Das heißt Verdeckte Ziele. Da geht es halt insbesondere um solche Mystery-Targets und um Fragen, wie man Informationen aus der Matrix sozusagen abruft. Aber auch Ingo Swann hat, glaube ich, ähnliche Dinge beschrieben in den 70er Jahren schon. Also dass dort eine Art Zwangsarbeit mit Bergbau stattfindet. Oder stattfinden wird. Es gibt ein Buch Geheimsache im Mond. Das ist der deutsche Titel. Und das ist recht spannend, wenn auch es wird dann immer wirrer. Kennt ihr das zufällig? Von Ingo Swann. Ich glaube nicht. Aber das könnte es durchaus sein. wo das beschrieben wurde. Ja, ja. Das ist das Buch definitiv. Und das heißt eben das deutsche Titel Geheimsache im Mond. Und das erste Drittel habe ich sehr spannend gefunden. Und dann, ich müsste jetzt noch einmal lesen, schon Jahre her, aber es wird dann irgendwie immer diffiziler und komplexer und irgendwann weiß man eigentlich nicht mehr so recht, von was er jetzt eigentlich spricht. Aber diese ersten Eindrücke, die er da gesammelt hat, wo also in den Kratern anscheinend Menschen überhaupt frei herumlaufen und unter so Kuppeln leben, also sehr, sehr seltsam und das ist alles natürlich so verdeckt auf der Rückseite des Mondes. Und ich meine, okay, also über den Mond und so weiter wird ja sehr viel spekuliert und aber dieser, diese Herren, wer war das jetzt noch einmal, der dieses Viewing gemacht hat vom Mond? Das war Frank Köstler. Frank Köstler? Köstler. Köstler. Also Köstler, okay. Genau. Und die konnten also verifizieren, dass die Landung einmal stattgefunden hat. Ja, also die Daten, die reingekommen sind, sagen halt übereinstimmend, dass es nicht in einem Studio produziert wurde oder zum Zwecke einer Fälschung. Okay. Also es hat tatsächlich stattgefunden. Ich kenne da auch noch andere Fashions drauf, wo das halt akkurat beschrieben wird, auch wie die Mondfähre dann wieder von der Oberfläche startet und so. Das ist dann richtig der Pfad eingezeichnet und alles. Okay. Und übrigens Cropcom weiß alles. Moon heißt der Film, hat mir jetzt gerade jemand, einer reingeschrieben. Danke sehr. Moon. Ist ja wirklich ein interessanter Film. Ein bisschen trostlos, aber schön. Und ähnliche Story. Was hat man nicht am Mond eigentlich da, also der Herr Köstler bei diesen Versuchen hat er noch sonst irgendwelche Dinge am Mond wahrgenommen, die da vielleicht nicht hingehören? Ich meine, dieser Bergbau hat ja zeitgleich stattgefunden mit der Landung? Nein. Ja, das kann man schlecht sagen. Also diese Tunnel, also diese Minenarbeit, die dient wohl zur Erschaffung der Tunnel an sich, aber auch zum Erzabbau. Und die Aufseher dort scheinen halt irgendwelche Wesen zu sein, die aber irgendwie phasenverschoben sind oder nur halb physisch. Also die sind nur halb da. Die scheinen aber auch eine Art waffenähnliche Gegenstände in der Hand gehabt zu haben. Und die Minenarbeiter selbst, die wurden halt so beschrieben, dass sie kaum einen eigenen Willen hatten und fast emotionslos sind. Aber die konnten interessanterweise die Viewer bemerken. Also die haben gemerkt, dass die Viewer reingeschaut haben. Das ist so ein Phänomen, das tritt auch bei Alien-Targets oft auf. Also dass die Besatzungen von UFOs die Viewer auch zu bemerken scheinen. Ja, das finde ich äußerst interessant. Dass man also tatsächlich offenbar in einem ja in einer Physis sich auch befindet, weil diese ich meine, wie kann es uns passieren, dass wenn ich mich dort quasi nur mit meinem Bewusstsein hinbegebe, dass der mich dann wahrnimmt. Das ist wirklich eine interessante Sache eigentlich. Also da kann man eigentlich nur Schlussfolgern, dass die halt mental wesentlich weiter sind, also mit mentalen Techniken und Wahrnehmungen als wir. dass wir auch diese geistigen Präsenzen ganz einfach wahrnehmen können. Ja, dass das vor allem sich in einem Raum abspielt, der über unseren normal Wahrnehmbaren hinausgeht und dass der aber von diesem Wesen eben, wie du richtig sagst, sehr wohl wirklich genau wahrgenommen wird und wenn sich da jemand das ist wirklich sehr, sehr strange. Was man dazu sagen muss, also die meisten Remote-Führing-Begegnungen mit Aliens, wenn man es jetzt so nennen möchte, also die meisten fühlen sich wohl eher genervt oder haben kein Interesse am Menschen oder wenn sie freundlich sind, setzen sie den Viewer quasi vor die Tür, wenn man es so ausdrücken möchte. Okay. Wie machen sie das? Was passiert da? Sie sind einfach mental stärker als der Viewer und schicken ihn quasi zurück oder schmeißen ihn mal auf den Target. als wenn sie ihn quasi aus einem eigenen Haus rausschmeißen möchten. Das ist interessant auch, dass das möglich ist. Also man kann sich gegen Remote-Führing sehr wohl auch schützen, wenn man die Fähigkeit besitzt und weit genug in diese Räume eintauchen und sich dort frei bewegen kann. Ja, und es gibt halt auch ein paar ungemütliche Fälle, zum Beispiel dass Viewer von Aliens auch mental festgehalten wurden. Also dass man im Viewer quasi kaum noch aus der Session rausbekommen hat, der quasi wie ein Tronc dort saß, soll es gegeben haben. Darf ich noch nie gehört, interessant, ja. Ja, also es soll da schon ein paar recht dramatische Szenen gegeben haben und das muss man halt einfach so sagen, dass die wohl also die da oben rumfliegen, dass die wohl mental in der Regel stärker sind als Menschen. Mit die da oben rumfliegen meinst du? Ja, die physischen Aliens, die Raumschiffe brauchen, sag ich mal. Okay. Also sind sind nicht alle schlecht oder so, also diese Bewertung kann man eh nicht machen, aber sie sind, also es gibt ganz am seltensten sind halt Beschreibungen, dass sie neugierig sind oder neugierig auf uns wären. Also die wundern sich meist nur, dass wir dort per Remotion irgendwie reingucken können. Aha. Jemand schreibt im Chat, bittet alle das Bilderbergtreffen Viewen. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich glaube, es war angesprochen und es war auch eine Idee von mir, aber das Projekt hat es niemals gegeben. Das wäre interessant. Aber ich habe es schon von anderen gehört, also aus einem anderen Jahr und wenn jetzt zum Beispiel gefragt wird, was kann man da überhaupt viewen, das ist meist die Frage, die da kommt, also man soll durchaus Inhalte viewen können. Also man kann jetzt nicht dialoggetreu aufschreiben, was die dort sagen, aber man kann die Inhalte und Themen viewen. Das ist aber auch sehr komplex und ein sehr großes Projekt. Das glaube ich, ich bin jetzt übrigens schon seit einer Zeit lang mit Skype online gegangen, also wenn irgendjemand an euch beide direkt eine Frage stellen möchte, irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, auf der Startseite ganz unten unterm Ankünder, also wo das Bild ist und ganz drunter unter dem Beschreibungstext findet sich eh der Skype-Link, Skype-Name crop.fm und einfach hier durchklingeln. Ich hebe dann gleich ab und der Anrufer oder die Anruferin muss dann ein bisschen Geduld haben, bis der ausgesprochen worden ist, also der Satz fertig gesprochen wurde und dann schalte ich direkt on air, also Skype-Name crop.fm und dann kann man sich direkt, so wie es Wingman damals getan hat, an dieser Sendung beteiligen, auch audiomäßig. Ja, das ist schon, da wird es dann natürlich spannend, wenn man also jetzt tatsächliche Targets, die jetzt auch irgendwo jetzt große Relevanz haben, also wenn da irgendwelche Finanzbosse und Wirtschaftsbosse sich treffen und quasi den nächsten Jahresplan aufstellen, dann ist das schon recht interessant, weil man da im Vorhinein Informationen darüber hätte, wenn das dann funktioniert. Man kann bei Remote Viewing ja nicht nur Bilder und Orte aufsuchen, sondern auch zum Beispiel Personen analysieren, sprich auch Emotionen, Gedanken, viewen, das ist auch möglich. Das ist natürlich, ich meine, für die Börsen hat das natürlich unglaubliche Auswirkungen. Börsengeschäft ist ja was sehr Emotionales, man könnte zum Beispiel sagen, wie fühlen sich gerade die Anleger von jener Aktie und dann kann man vielleicht vorhersagen auf den Kurs treffen, aber okay, da sind immer ganz viele Faktoren im Spiel. Da müsste man vielleicht den zukünftigen Zeitpunkt nennen. Was ich ja sehr interessant finde und immer schon fand und nie so genau verstand, warum zum Beispiel Ed Dames da so rigoros abgewunken hat, also für ihn hat also Remote Viewing überhaupt nichts mit Astralreisen oder irgendwas in dieser Richtung zu tun, sondern es ist einfach nur eine Bewusstseinstechnik eben, sehr clean und rational, aber wie kann das, also wenn das überhaupt nichts mit einer außerkörperlichen Erfahrung zu tun hat, also mit einem Zustand, in dem man sein Bewusstsein quasi vom Körper getrennt irgendwo anders hinbringen kann, was ja auch bei einer Astralreise, bei einer sogenannten passiert, offenbar. Also ich meine, da verlässt man eben den physischen Körper und reißt eben in seinem Astralkörper weiter, dasselbe nur eine Dimension höher oder so, keine Ahnung, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber wenn das jetzt so völlig verschiedene Dinge sein sollen, wie kann es dann denn sein, dass ein Wesen, das man viewt, den Viewer bemerkt und ihn sogar hinauswerfen kann? Ja, das ist dann glaube ich wieder so eine Ansichtssache. Also es gibt ja auch die Technik des Extended Remote Viewings, ERV, und dort wird quasi auch die außerkörperliche Erfahrung als Ergänzung genutzt. Also das hat zum Beispiel Joseph McManagel bei seinen Mars-Sessions gemacht, in den 80er Jahren, dass er nicht am Schreibtisch saß und seine Session dort mit dem Stift ausgefüllt hat, sondern dass er halt in der Kammer lag und nur noch per Mikrofon weitergegeben hat, was er wahrnimmt. Der war quasi außerkörperlich von einem Target. Also es scheint schon durchaus ein fließender Übergang zu sein. Also von der Präsenz, dass man jetzt an dem Tisch sitzt und sein Protokoll ausfüllt, bis zur Außerkörperlichkeit, dass zumindest ein Teil des Bewusstseins durchaus ziemlich weit raus geht. Da kann glaube ich Christian was zu sagen, er hatte nämlich da schon mehrmals das Gefühl, dass er wieder in den Körper zurück ist. Das ist